Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 17. Mai 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1348 und heute habe ich die folgenden Themen für dich. Europa, 3 Nanomillimeter, Oculus, XROS, Barrierefreiheit, Konzertentdeckungsfunktion, Google-Kontakte und GT1823. Na dann, starten wir gleich mal in die Themen rein. Was hat Apple gemacht mit Europa? Ganz einfach, 20 Milliarden Euro mal kurz in Richtung Europa geschmissen. Und das nur im Jahre 2022. Apple hat sich ja verpflichtet, auch in Europa mehr Geld liegen zu lassen und nicht alles, oder besser gesagt, in Richtung China zu schiessen. Weil man ja, wie als jede amerikanische Firma, mehr in Richtung Europa, mehr in Richtung USA vor allem bauen sollte und eben weniger abhängig sein sollte von China. Und somit hat Apple jetzt herausgegeben, was man im Jahre 2022 allein in Europa investiert hat. Vor allem ging das Geld an eine deutsche Unternehmung, die Trumpf heisst. Ihr kennt sie sicherlich. Die machen Lasertechnologie-Zeugs. Zum Beispiel die Annäherungssensoren, die ihr im iPhone versteckt habt. Oben, da wo die Kamera drin ist und eben noch ein paar andere. Ja, Laser und Infrarotmesser etc. Da ist auch ein Teil von einem deutschen Unternehmen eben Trumpf mit drin. Das macht es, wenn du das Telefon ans Ohr hältst, dass es dann gesperrt wird. Etwas, was schon ganz, ganz früh in den iPhones drin war. Was damals die aufkommenden Androiden noch nicht drin hatten und was ich immer sehr, sehr geschätzt habe, weil sehr praktisch, dann vertippt man sich nicht während des Telefonierens. Auch hat Apple ganz viel Geld ausgegeben und sich nämlich, laut Digitimes, 90% oder fast 90% der 3nm Produktionskapazität von TSMC gesichert. TSMC ist ja einer, wenn nicht der Hauptlieferant von Chips für Apple, iPhones, Apples, MacBooks, Apple, iMacs und was auch immer noch alles von Apple so produziert wird, was Chips eben von dem Unternehmen drin hat. Und ja, von der neuen 3nm Technologie hat sich Apple wieder mal einen grossen Anteil gesichert. Das macht Apple schon seit vielen Jahren, dass sie sich da immer grosse Anteile sichern. Zum einen, dass sie genügend Hardware haben, um zu verbauen und dann auch genügend Geräte ausliefern können. Zum anderen aber vielleicht auch, um es anderen schwieriger zu machen. Denn neben TSMC gibt es nicht viele Unternehmungen, die in dem Bereich Chips fertigen können. Das wird noch richtig spannend, was diesen Herbst da so kommen wird. An neuen iPhone-Modellen, an neuen, ja, MacBooks, was auch immer, die eben auf diesen Chips setzen können und oder werden. Oculus, mindestens der Gründer dahinter, der hat ja sein Unternehmen an Facebook verkauft. Dann hat er ein paar Jahre noch da gearbeitet, stand so im Vertrag und dann ging er raus und war glücklicher als zuvor. Hat sich dann eine Firma gemacht, die, wie soll ich sagen, im Bereich der Rüstungindustrie geht. Und das gefällt mir schon ein bisschen weniger. Aber eigentlich ein schlauer Kopf. Der Palmer Lookie, wenn man ihn dann so ausspricht, der hat anscheinend Informationen und oder sogar schon Modelle gesehen. Des potenziell zukünftigen Apple-Headsets, was immer wieder in den Gerüchten drin ist. Das ist ein AR- und VR-Headset. Man munkelt ja, dass Apple zuerst mal so eine Art Skibrille, also ein grösseres Modell, vorstellen wird. Und dann später eine einfachere Brille mit AR-Geschichten. Wir werden sehen, was dann schlussendlich kommt. Aber er sagt, das, was Apple zeigen wird, und das passiert ja wahrscheinlich am 5. Juni an der WWDC Keynote-Eröffnungsrede. Wir werden sehen, alles Gerüchte, wie gesagt. Aber er sagt, dass das, was da kommen wird, Mindblowing sein wird. Er hat nicht Mindblowing gesagt, aber er ist sehr, sehr begeistert. Und ja, was will man mehr? XROS, etwas, was schon länger in der Gerüchtewelt rumspekuliert, hat sich jetzt bestätigt. Eine neuseeländische Firma hat den Namen für sich getrademarktet, also wie sagt man dem, die Wortmarke registrieren lassen, und zwar weltweit. Und das ist ein berühmtes Verfahren, das Apple macht, irgendwelche Firmen von irgendwo beauftragen, sich Namen zu sichern. Ja, wie das mit Betriebssystemnamen und solchen Geschichten. Auch das wird sicherlich nächstens auftauchen. Aber eben, lassen wir das wieder weitergehen. Wir haben es ja nicht so mit Gerüchten, aber ganz selten streut sich mal was ein. Auch neu hat Apple vor der WWDC was gezeigt, was ich hier auf einer WWDC erwartet hätte. Aber das zeigt, dass wahrscheinlich die WWDC vollgepackt ist mit neuen Funktionen, neuen Ideen und sonstigen Geschichten. Apple macht was im Bereich der Barrierefreiheit, nämlich sie haben die Möglichkeit geschaffen, dass Entwickler da draussen auf bessere Dinge zugreifen können. Und vor allem, dass Leute, die Barrierefreiheit benötigen, ihr Gerät besser bedienen können. Viel grössere Icons für Apps zum Starten, wie Musik, Calls, Messages etc. Und oder ein grösserer Button und eine grössere Darstellung von Bildern, die man so gemacht hat. Finde ich sehr, sehr spannend. Auch die Möglichkeit, Dinge sich vorzulesen lassen und so weiter. Da hat Apple einiges optimiert. Dann geht es weiter mit einer nochmals neuen Funktion, die ich auch eher so auf der WWDC als Nebensatz mir vorgestellt hätte. Aber nee, Apple hat sie jetzt rausgehauen. Eine Konzertentdeckungsfunktion. Und zwar kommt die in Apple Maps und in Apple Music. Das heisst, du bekommst in Apple Music zukünftig Hinweise, dass deine von dir gern gehörte Musikgruppe oder ein Interpret, was auch immer, Konzerte hat. Aber noch viel mehr auch in der Kartenfunktion. Hast du jetzt die Möglichkeit, da zu sehen, wer in deiner Nähe ein Konzert gibt. Das wird spannend. Und vor allem das erste Mal sehen wir hier Apple Maps im Browser. Oder eines der ersten Male. Denn unter guides.apple.com geht auf daily.kiktok.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Und klickt den Link dazu an. Da findet ihr nämlich den direkten Link auf diese Map. Ja, aktuell schaut es noch ein bisschen magerer aus. Wir haben in Berlin, wir haben in London natürlich und in Paris. Hier auf dem europäischen Kontinent Karten oder besser gesagt Hinweise auf Konzerte. Was haben wir noch? Los Angeles, Mexiko, Detroit, New York, noch ein paar andere Städte da. Aber das ist dann auch schon. Aber bei Apple hat sich ein 40-köpfiges Guide-Team versammelt. Oder besser gesagt, man hat sie rekrutiert. Die quer über den Planeten verteilt, Live-Musik, Veranstaltungsorte etc. zusammentragen und euch aufzeigen, was da für Neues kommen mag. Ich bin schon sehr gespannt und noch mehr freue ich mich, wenn Apple Maps endlich in den Browser kommt. Dann würde ich es nämlich gerne noch mehr und fleissiger benutzen. Ein Ding, was man eigentlich schon gedacht hat, das bringt Google gar nicht mehr, ist die Verwaltung, die Möglichkeit, Werkzeuge und Geburtstagserinnerungen zu erstellen. Google-Kontakte kann ja Geburtstage erfassen. Aber was es nicht kann, ist dich daran zu erinnern, dass da so ein Geburtstag ist. Ja, ich weiss, ich hatte da auch lange ein GitHub, also ein kleines Skript, was ich auf GitHub gefunden habe, aktiv gehabt. Den Google-Kalender-Event-Notifier. Ja, immer so Bastellösungen, das kannst du einem normalen Menschen da draussen, der nicht ein Geek oder ein Nerd ist wie wir, nicht unbedingt weitergeben. Jetzt will Google da selber ein bisschen was tun. Das ist wahrscheinlich etwas, was rund um die Google I.O. rausgefallen ist, eine Möglichkeit für Entwickler oder eben unter Android zu nutzen. Wer unter Android unterwegs ist, lasst mich doch mal wissen, ob ihr das schon nutzt und oder für euch dann auch einsetzt. Und ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Geek Talk 1823, die neueste News-Episode mit dem Maik und dem Achim ist gestern rausgefallen. Also, wer noch nicht gehört hat und Lust hat, gerne mal reinhören. Und ja, das war's dann auch schon für heute. Euch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, dein Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.